Frag den Pastor ist drei Jahre lang auf Snapchat und auf Instagram gelaufen und hat sogar schon Premiere hier in dieser Kirche gefeiert und jetzt eben auch hier auf YouTube. Das Prinzip ist denkbar einfach. Ihr schickt mir einfach Fragen, entweder als Text oder als Audio oder Video und ich versuche diese Fragen in möglichst knapper Form hier zu beantworten. Das können Fragen sein zu meinem Beruf, zu meinem Glauben oder übers Leben allgemein. Und die Idee dabei ist nun nicht, dass ich als großer Experte auftrete und nun Antworten auf alle eure Fragen hätte, sondern eher, dass wir uns gemeinsam auf einen Weg machen, diese Fragen anzuschauen. Ich habe es oft so erlebt, dass Fragen im Leben fast wichtiger sind als die Antworten oder zumindest das Gespräch darüber und möchte euch einfach das zur Verfügung stellen, was ich im Studium gelernt habe, aber dann auch in meinem Beruf und im Leben allgemein für Erfahrungen gemacht habe. Und wenn da nun was für euch dabei ist, dann freue ich mich.